Es hat sich gedreht. Nein, wie süß. Jetzt gucken wir aber mal. Wir haben ein Kind, ihr Lieben. Oh nein. Ach, wie süß. Wo ist es denn da? Ach, du bist so hübsch wie deine Mutter, mein Kleiner. Moin, meine lieben Reisebegleiter und herzlich willkommen bei einem Reingereist-Abenteuer. Wir machen mal einen kleinen Kurztrip ins Spawn Rhein. Äh, Spawn Rhein, nicht Spawn. Und ich will aber noch mal neu starten und deswegen laden wir neu. Neu, würde ich sagen, wir starten einfach mal rein in die Geschichte. Überschreiben, natürlich. Ich hatte mal kurz reingelinzt, ob alles läuft, grafisch, technisch und so. Aber jetzt gucken wir erst mal das hier an. Also das scheinen wir zu sein. Ich weiß es aber auch nicht. Aha. Jetzt sind wir aber ganz woanders hier, wa? Ganz woanders. Und jetzt sind wir wieder hier. Mhm. Alles voller Fleisch. Oh. Oh oh. Oh oh. Ah, au. Ei, 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 ei. Psss. Puh. Das hat sicherlich ein bisschen wehgetan. Ei, 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 ei. Oh, Rücken, Nacken, Kopf. Alles kaputt. Ich bin echt gespannt auf das Spiel. Ich habe mich noch nie gespoilert. Ich habe noch nicht einmal hier reingeguckt, seitdem das released ist. Und ja, es ist schon länger da. Aber erst jetzt habe ich mal Lust und Zeit gefunden, das zu zocken. So, hier ist ein Türchen. Gut. Ego gibt es nicht. Habe ich schon geguckt. Ego haben wir. Hm. Was? Was machen wir hier? Ich glaube. Hm. Die Tür kriegen wir nicht auf, ne? Ne. Ich dachte hier, dieser, dieser Ring da, wenn man öfter drückt, muss man, ne. Okay, da geht es nicht weiter, dann müssen wir wohl erst mal da rum. Hier sind irgendwie so Schienen oder was? Ja. So eine Magnetbahn hier. Das heißt, wir sind in irgendeiner Art Mine oder was, ne? Aber ja. Was haben wir denn da? Sieht schon alles ein bisschen aus, ne? Aber auch irgendwie cool. Ein bisschen erinnert es mich auf Last from Beyond. Natürlich nur die M Edition, ne? Ja, natürlich. Schweinereien spiele ich natürlich nicht. Nur die M Edition. Die andere gibt es ja eh nicht mehr. Die Original. Ja, irgendwo kann man die bestimmt kaufen, aber ich habe sie leider nicht. Hm. Ist schon sehr geil gemacht von der Kunst her, vom Artstyle her. Ist auf jeden Fall was anderes als sonst. So, sag mal hier. Hä? Sind wir jetzt im Kreis gelaufen? Nein, ne? Nee. Quatsch. Hm. Wir hatten ja vorhin nichts anderes an Wegen. Was ist denn da unten? Eine Baustelle. Schau mal, da sieht aus wie so ein Kran. Da oben ist noch irgendwas. Da unten ist irgendwie so ein, ja keine Ahnung, kleiner Mini-Bagger oder was. Keine Ahnung. Die Tür können wir auch nichts mit machen. Wir sind gekommen. Hm. Hm. Nö. So. Wir sind gekommen von da. Genau. Und dann müssen wir wohl da weiter. Dann gehen wir hier einfach mal weiter. Ja, alles schön gestützt hier. Okay. Hier geht's nicht weiter. Okay. Hier ist die Tür. Okay. Ja, komm. Ja, komm. Mach um das Ding. Okay. Ganz auf geht's wohl nicht. Dann quetsch dich mal durch. Oh. Eieiei, war das knapp. So, ich glaub, die Tür ist zu. Da geht's wohl nicht mehr raus. Nö. Was haben wir denn hier? Mhm. Hm. Guck mal, Füße hat er. Hässliche Füße. Da bin ich irgendwie gestraft mit hässlichen Füßen, oder? Ja, er guckt. Er bekiekt seine Hand, aber macht hier nichts, ne? Hm. Scheinbar fehlt was. Hier ist nochmal so ein Bagger, oder was soll das sein? Hm. So ein Kindersitz oder was? So ein Einkaufswagen könnte es auch sein, ne? Ja. Gut. Was ist das hier? Hm. Hm. Na, ich sag mal nicht, was mir so durch den Kopf geht. Hey. Ah. Ja, das. Man schiebt seine Hände nicht einfach in fremde, schleimige Löcher. Das tut man nicht. Das hast du gedacht. Junge, Junge, Junge. Aber. Jo. Nur haben wir einen ausfahrbaren Pin. Hm. Vielleicht der einzige, den er hat. Man weiß es nicht. So, und jetzt? Was passiert, wenn ich hier jetzt dran gehe? Aha. Richtung verwenden. Hm. Hm. Ja, der schiebt seine Hand gerne in fremde Löcher. Und Sachen. Und. Hm. Ah. Okay. Aha. Ah, toll. Alles kaputt geschmissen hier. So, und jetzt? Ende. Oh. Beeilung. Hey, 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 hey. Schauen wir dazu, die Tür. Kommen wir auch wieder nicht zurück. Was haben wir denn hier? Ach, das sind nur diese Karren, die umgekippt sind. So. Jetzt sind wir hier, was wir vorhin von oben gesehen haben. Da geht's hoch, haben wir gesagt, ne? Oh, der Sound ist geil hier. So, schauen wir uns doch hier mal um. Was wir hier haben. Auf jeden Fall ein riesiges Gewölbe. Krass. Was denn hier? Können wir hier irgendwas machen? Hier ist wieder so ein Terminal, oder was? Eww. Fingern tut er auch. Alte Sau, ey. Hm. Hm, da ist jetzt so erstmal nichts passiert. Ist hier auch noch irgendwas? Hm. Ne, schauen wir uns mal um hier. Hier ist dieser Bagger. Hm. Gut. Was ist hier? Hier kann ich nichts machen. Ich nichts machen hiermit? Nö. Da ist der Bagger. Hm. Ah ja. Hier ist wieder so ein Terminal. Mit Richtung und Verwenden. Ah ja. Damit kann ich also den Kran steuern. Nach oben. Okay. Der scheint irgendwas da oben rausholen zu wollen. Und wenn ich jetzt mal nach unten gehe. Hm. Scheint der dann das, was er da oben rausholt, hier reinzusetzen wollen. Aber was? Hm. Auf jeden Fall schon ein bisschen albtraumhaft hier alles. Da ist nochmal wieder ein Tor. Hier scheinen wir mal mehr machen zu können, ne? Gucken wir mal hier. Schwupp. Ach, schon wieder da rumgefingert. Ah. Okay, da ist noch abgeschlossen quasi. Ei, 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 ei. Ah. Gut. Na toll. Wieder zu. Das heißt, wir brauchen irgendwie etwas, das uns das hier auffällt. Oder das Tor für uns öffnet. Ich habe keine Ahnung. Hier geht es aber auch noch rein. Wo kommen wir denn hier hin? Oh, großer Meister Satan. Oh, großer Meister. Lass dich anbeten. Kann ich mich drucken? Nein, ich kann mich leider nicht verneigen. Großer Meister. Hm. 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 Was haben wir denn hier? Ein Baggerchen. Schon wieder. Hier ist auch irgendwas. Hm. Es scheint sowas wie ein Aufzug zu sein. Gut, gucken wir uns gleich mal an. Erstmal checken wir ja unten so ein bisschen die Lage, was wir tun können. Was ist hier? Na. Aha. Ah. Es scheint irgendwas da raus zu nehmen. Und dann in diesem Loch abzuladen anscheinend. Hm. Eine kleine Müllentsorgung hier oder was? Was passiert hier? Aha. Hier haben wir einen Greifarm. Verwenden wir den mal. Gut, der scheint irgendwas aufheben zu wollen. Dann fährt das Gerät hier einmal rum. Und dann können wir vielleicht hiervon irgendwas aufsammeln. Und dann abladen oder so, ne? Nee, Quatsch. Ach Gott. Ich dachte jetzt, der greift hier unten in diesen Trümmerhaufen von, weiß ich nicht, was es sein soll. Sieht ein bisschen aus wie Eier. In dem diese Missgeburten hier gebaut werden. So, aber weiter können wir. Wir können nur wieder zurück. Rück. Okay. Jetzt bin ich gerade mal ein bisschen lost. Hm. Ja, nützt ja nichts. Also bevor wir nach oben fahren, merkt ihr mal. Da ist dieser Ausgang. Äh, dieser Berg. Dieser Aufgang. Den gucken wir uns später nochmal an. So, dann haben wir hier. Ach, wir haben hier auch noch irgendwie Weichen, habe ich gesehen, ne? Gut, dann hier waren wir. Da ist nicht viel passiert. So, was gibt es denn hier noch Schönes? Hier ist der Bagger. Mhm. Der Bodo fehlt noch. Hm, da ist irgendwas. Ich habe gesehen, man konnte hier vorne noch irgendwie rein. Ja. Okay, hier führt auch eine Weiche hin. Heißt, wir müssen wahrscheinlich irgendwas irgendwie hier hinkarren. So, was haben wir denn hier? Hier ist mal erstmal nichts. Hier ist irgendwie noch so ein Zwischenraum. Wie kommt man da nun rein? Hm. Aha. So, hier gehen Schienen lang. Was haben wir hier? Sieht ein bisschen aus wie ein Ofen oder sowas. So ein Heizungskeller. Gut. Wie sieht es hier aus? Hier ist eigentlich alles cool. Hm. Oh. 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 Ja, dem ging es hier nicht so gut, ne? Der hat es wohl leider nicht geschafft. Aber haben wir Gegner in diesem Spiel? Wo ich das gerade so sehe, hier den... Oh Gott. Wie machst du? Stammst du das alles ein? Bist du quasi das... Podant zu einem... Zu einer Verbrennungsanlage oder was? Hm. Anstatt Verbrennung wird hier gequetscht. Okay. Was ist hier noch? Oh, ganz viele Leichen. Bäh. Hm. Hier ist aber sonst nichts, ne? Nee. Da geht's auch nicht weiter, außer damit es dunkel wird. Hier ist nur Licht. Was ist denn hier? Bäh. Ein... Ein Gedärmeaufhalte... Äh... Aufbewahrungsgerät... Äh... Lagerungsteil... Dingen... Das Bummenskirchen. Ist auch sowas wie eine Sackkarre oder was, ne? Ja. Okay. Hier sind wieder irgendwelche Maschinen. Hier ist auch nochmal so ein... So ein... Äh... Leichenseck-Quetscher. Oder was auch immer. Da liegt nur noch ein bisschen Schleimo drin. Gut. Was haben wir denn hier? Hm. Okay. Wir können hier wieder rumfingern. Okay. Hier haben wir wieder so ein Greifarm. So. Der kann auch wieder nur in Richtung. Der holt auch wieder nur irgendwas da weg. Gut. So. Na, man muss warten. Geht nicht so schnell. Okay. Können wir diesmal irgendwas aufheben? Nein, der legt wieder nur... Er holt wieder nur irgendwas da aus der Kiste raus. Okay. Schade. Da haben wir noch so ein Ding. Dann würde ich mal sagen. Wir gucken uns mal um hier, wa? Was gibt's denn hier noch? So. Eine Säge. Okay. Der zieht nicht gut aus, vor allem wenn ich mir so angucke, was hier noch alle rumliegt, denn der hatte nur Panik. Der hat sich vor lauter Angst nie wieder bewegt und den hat es dann schon schlimmer erwischt in dem Gerät. Hier gab es so einige, an denen die Säge ausprobiert wurde anscheinend. Was für Schweinepriester sind hier am Werk, hör mal. Haben wir hier vorhin reingelinzt? Hier waren noch auch diese Pipes, diese Ölbohrmaschinen. Was haben wir denn hier? Das schlibbert, das glibbert. Ist das pervers. Was ist denn hier los? Nix, wo? Ne, hier kamen wir weg, hier gibt es nur zwei Durchgänge, okay. Aber hier hang noch, wo wir vorhin durchgeguckt haben, irgendwie noch so ein Gerät an der Wand. Da hatte ich gedacht, aber dann ist das doch ein anderer Raum, ne? Hier ist auch so eine wabbernde Masse. Ah! Ah! Speinskopf-Sülze, wie geht's? Ah! Hier sind wir wieder an dem Tor, okay, ja. So, was haben wir denn da oben? Da wollte ich ja auch noch gucken, ne? Ach, so ein bisschen Erklärung wäre in dem Spiel gar nicht schlecht, weil ich habe keine Ahnung, was ich hier jetzt gerade tun soll. Wenn schon so eine kleine Einleitung oder so, fände ich schon ganz geil. Wäre nicht schlecht, ne? Da ist das Tor. Da ist irgendein Qualm. Das ist wohl die obere Etage, die wir mit dem Aufzug erreichen können. Da ist irgendwie dieses Ding vom Bagger. Was ist das? Können wir auch benutzen. Nicht, dass der seine Hände überall reinsteckt. Jetzt haut er sich auch noch mal im Kopf in so eine schleimige Masse. Was ist denn das hier? Da ist der Bagger. Okay. Hier sind die Weichen. Ach, hier kann ich die Weichen einstellen. Ja, klar. Okay. Klar, logisch. Man hat da so einen großen Überblick. Okay, hier kann ich Weichen stellen. Frage ist, wofür? Weil ich kann ja nichts benutzen hier. Hm. Ja. Hä. Dann würde ich sagen, wir fahren mal mit dem Aufzug hoch. Hier war ja sonst nichts mehr, außer, dass ich die Weichen stellen kann. Da ist dieser komische Alien-Kopf. Äh, ja. Wo war jetzt dieser Aufzug? Der war doch da durch die Tür, ne? Ach, am Tor durch rechts. Dann kamen wir doch zu diesem Aufzug. Oh, ich huldige dir. Ich huldige dir, Meister. So. Genau. Wenn es denn mehr in einem Aufzug ist. Was gibt es denn hier oben noch? Muss ich hier vielleicht irgendwas runterwerfen, was dann hier drin landet oder so? Hm. Vielleicht. Wir fahren mal. Wir fahren mal hoch, wenn es wirklich ein Aufzug ist. Wir fingern hier einfach mal wieder dran rum. Genau. Das war auf jeden Fall mal ein Aufzug. Wie vermutet. Gut. Gut. Hier geht es rechts, links ab. Gut, aber wird auch so ein Kreis sein. Was haben wir denn hier? So. Müssen wir hier. Genau. Wahrscheinlich. Da oben, wo es leuchtet oder so. Da dieses leuchtende Teil. Oho. Okay, das bewegt sich. Jetzt haben wir diesen Greifarm. Der will irgendwas greifen. Aber. Hm. Da fehlt was. Okay. Und jetzt? Irgendwie müssen wir da was hinkriegen. Aber wie? Hm. Ich gucke mir erst mal weiter um hier. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo des Rätsels Lösung. So, wir gehen einfach mal hier rechts. Was haben wir denn hier alles? Ich muss mir das ja alles schon ein bisschen genauer angucken, ne? Bäh. Sieht auch wieder so bäh aus, ne? So richtig ur. Urks. Urk. Kotz. Das sind alles irgendwie so Kokone oder sowas. Hm. Ich möchte jetzt nicht sagen, an was mich dieses hier erinnert. Aber kommt. Ihr habt dasselbe gedacht, oder? Ganz bestimmt sogar. Hm. Ich kann hier auch irgendwie gar nichts aufheben oder so, ne? Ich kann ein paar Gerätschaften anfassen, wo ich nicht weiß, was... ...was damit passieren muss. Das sieht alles so surreal aus, ne? Das ist einfach geil. Hier haben wir wieder eine Tür, die wir wieder nicht benutzen können. Warum können wir denn die ganzen Türen nicht benutzen? Das ist irgendwie schon eklig. Ich... Hier wabern irgendwelche Pollen oder Sporen rum. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, wenn wir da durchlaufen. Aber gut. Er meckert nicht, ne? Er meckert nicht. Da ist auch noch irgendwie was. Hier ist zu. Was haben wir denn da? Da haben wir nochmal wieder so einen Wagen hier. Mit diesen komischen Kokons drauf. Das sieht alles so... aus. Hm. Hm. Gut. Hier müssen wir irgendwie nach unten fahren oder so, das Teil. Wir können da nicht runtergehen. Nein. Können wir da irgendwie drum rum? Nö. Hier können wir nicht durch. Aber hier gibt es noch einen Durchgang. Was haben wir denn hier noch Schönes? Was haben wir denn? Hier ist wieder ein Tor. Können wir auch wieder nicht benutzen. Super. Okay. Hier gibt es dann also auch erstmal nichts. Hm. Dann gucke ich nochmal vorne. bei diesem Kranwagen oder was das auch immer da war bei diesem Transportmittel, sag ich mal. Bei diesem Förderband. War das denn noch? Wir laufen doch bestimmt im Kreis hier, oder? Ah ja. Hier. So. Lass mal genauer gucken hier. Also. Ja. Ach, da ist auch mal was. Ich gucke mal. Was haben wir denn hier? Natürlich wieder irgendwas zum Finger reinstecken. Okay. Ah. Wir können da was bewegen. Gut. Okay, es geht bis hier hin. Und bis dahin. Oh nein. Wir haben ein Rätsel. Super. Okay, und was ist jetzt das Ziel? Irgendwas muss hier oben rein. Hm. Ja. Jetzt sag nicht, ich muss dieses leuchtende Ding hier, oder dieses leuchtende Ding, da oben hinbekommen. Oh mein Gott. Aber es sieht ja fast so aus. So, das ist hier. Aha. Okay. Das ist jetzt aber echt einfach, oder? So. Gut, jetzt haben wir da was reingelegt. Dieses leuchtende Teil. So, gucken wir doch mal. So. Aha. Er greift. Oh, oh. Oh, es schreit. Oh nein. Nein. Es ist kaputt gegangen. So, er legt es nicht da rein. Also, er legt nichts da rein. Das heißt, es ist irgendwie runtergefallen. Muss ich jetzt da unten irgendwie gucken, oder was? So, merkt ihr mal, dass hier noch ein zweiter leuchtender war... Warer? Hattde ich nicht vorhin zwei von den leuchtenden Dingern? Äh. Ja, da, da, da. So, das merken wir uns jetzt erstmal. Aber jetzt gehe ich erstmal unten gucken, ob der Kollege da irgendwo konserviert rumliegt, der da runtergefallen ist. Was auch immer das ist. Aber das sah ja schon unschön aus. Vielleicht ist es ja in diesem Aufbewahrungsbehälter da gefallen, von dem wir mit dem Greifarm weitermachen können. Vielleicht gibt es hier so ein Rohrsystem oder so. So, hier ist ja so einiges an den Wänden. Äh, vielleicht ist es ja hier so durchgepackt. Aber wie? Da ist ja nix. Hm. Das ist auch nicht irgendwie so ein Rohrsystem, wo es hätte rausfallen können, ne? Ne. Und hier liegt auf jeden Fall nix. So, hier liegt auch gar nix. In diesem Loch ist auch nix gelandet. Und hier? Hm. Wenn hier was gelandet ist, dann müsste ich es ja irgendwie antatschen können. Aber hier ist auch nix. Ne. Jetzt muss ich mich mal einmal kurz orientieren. Ich konnte ja diese Anlage da sehen. Guck mal. Da ist dieses Förderband. Das heißt, er ist da irgendwo runtergefallen, ne? Ah, äh, ich hänge. Du kommst dabei raus, wenn man Hans Kupi in die Luft spielt. Ja. Dann sieht man wieder nicht, wo man herlaufen muss. So, guck mal. Hier ist dieses Förderband. Und, äh, wo ist es runtergefallen? Da ist es runtergefallen. Und guck mal, das sieht nämlich, das meine ich hier, diese Verwurzelung. Wo ich gedacht habe, das wäre sowas wie eine Rohrpost, ne? Das heißt, es müsste ja eigentlich irgendwie hier gelandet sein. Hier ist nix. Hier drumherum. Da liegt auch nix. Aber ich glaube eher, dass ich was in diesen Wagen packen muss, ne? In dieses Förderband. Und das fährt dann runter. Und dann kann ich es mit dem Arm greifen. Ach, herrje. Na, wenn, sonst müsste es ja hier irgendwo liegen, ne? Ja. Aber hier ist ja nix. So. Ne, hier ist auch irgendwie nix gelandet, ne? Ne. Hier in dieser Tötungsmaschine auch nicht. Oder dem. Der Quetscher. Dem Leichenquetscher. Ne. Hier in dem Sitz ist auch nix gelandet, richtig? Hier in dem Sitz ist auch gar nix gelandet, ne. Aber ich habe da gerade im Augenwinkel was gesehen. Hier gibt es noch mal so einen Elefantenrüssel, sage ich jetzt mal. Okay. Nein. Nein. Da kann ich nicht reingreifen. Aber ich habe ja auch schon so ein Gerät, ne? Ja. Hm. Hm, 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 hm. Ja, merken wir uns das auch mal. Jetzt sind wir wieder hier. Dann muss ich vielleicht doch noch mal bei diesem zweiten Teil gucken. War das hier drin? Ne, ich muss ja hier am Tor, war doch richtig. Hm. So. Und der Lümmel war da. Oh, Meister, lasst mich noch einmal einkehren. Danke, danke. Ach, hier ist noch so eine Huldigungsgruppe. Hm. Ja, ich huldige jetzt aber nicht eben hier. Hallo. Haben wir noch andere Dinge zu tun? Ja, dann. Auf, auf. Mit Gebrüll. Wow. Hm. Pah. Oh je, jetzt kriege ich gleich Kopfschmerzen. Weil, ich muss ja das Ding jetzt da auch noch rüberkriegen. Aber vielleicht ist das ja genauso einfach wie der erste. Tööö. So, warte mal. Oh. Boah, schieb den doch einfach mal rüber. Ach, das ist so ein Zweier-Ding. Ach, du ahnst das nicht. Ei. Ei, 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 ei. Das heißt, ich muss den irgendwie erst mal nach da oben kriegen, damit ich den da rüberkriegen kann. Nämlich. Ach, du Scheiße. So. Okay, ich brauche Platz. Hier, nimm den und schieb den ganz da rüber. Danke. Ähm, hier ist auch noch mal so ein Einser. Ja. Nein. Hä? Ach, den kann ich gar nicht wegschieben. Na, tolle Wurst. Das heißt, ich muss den irgendwie erst mal nach oben kriegen. Damit ich diesen Einser da unten wegschieben kann, oder? So. Hm. Hm. So. Jetzt. Oh Gott. Die müssen ja alle hier aus dem Weg. so heißt, der muss irgendwie darüber. Und der auch. Äh, sorry. Eins zu hoch. So, warte mal. Kann ich die vielleicht hier mit diesem Greifarm rausnehmen? Haha. Ich meine, ja, das wäre einfach. Aber vielleicht kann ich die ja alle kaputt machen hier. Hehe. So, gucken wir mal. Nee. Na, das wäre auch echt zu leicht gewesen. Ja. Das wäre echt zu leicht gewesen, ne? Das heißt, wir müssen jetzt hier irgendwie rumrätseln, ne? Hm. So. Also. Der Kollege Leuchtendes Auge muss darüber. Dafür muss ich diese ganzen Teile irgendwie erst mal wegbekommen, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie soll das denn funktionieren? Ich kann hier ja nichts mehr schieben, ne? Hier ist Ende Gelände. Oh je, oh je, oh je, oh je. Das heißt, ich muss jetzt erst mal irgendwie gucken, wie ich die ich hier irgendwie rüber bekomme. Warte mal. Den da. Dahin? Äh. Den wollte ich ja. Ach, ist doch egal, oder? So. Dann kann ich den nochmal eben einen rüberschieben, damit ich den da unten doch wieder wegkriege. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, der muss jetzt erst mal so. Jetzt muss ich doch eigentlich erst mal diese Einser hier schön rüberkriegen. aber wie. So. So. Gehen hoch. Gott. Aber ja, ich muss ja die Dinger da wegkriegen, ne? Die müssen irgendwie alle aus dem Weg. So, dann den erst mal ganz rüber. Den runter. So, gucken wir mal. Das ist doch eigentlich erst mal am einfachsten, nicht wahr? Also der muss jetzt irgendwie da rüber. Das könnte ich erreichen, indem ich den auch nochmal eben rüberschiebe. Okay. Dann haben wir. So. Jetzt kriege ich da noch einen Einser unter. Da können wir doch den dann nehmen. Gut. Den dann da rüber. So. Und jetzt muss ich ja den irgendwie nach oben bekommen. Indem ich den erst mal wegschiebe. Aber da, was habe ich denn damit gewonnen? Hm. Also. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wie kann ich es erreichen? Hm. Er muss jetzt erst mal irgendwie rüberkommen. Ich komme bis ich muss bis hier hin kommen. Bis zu dem hier muss ich kommen. Das heißt, ich brauche hier frei. Das heißt aber erst mal muss ich jetzt ja drücken den wieder hoch. Und damit ich den vielleicht erst mal runterfahren äh runterfahren kann. Gott, ey. So. Das würde bedeuten, jetzt habe ich den aus dem Weg. Hm. Das funktioniert so nicht. Ich muss den irgendwie wegkriegen. Hm. Aber wie. also was kann ich jetzt tun? Also was kann ich jetzt tun? Der muss jetzt erst mal irgendwie rüber. Warte mal. Den fahren mal hoch. Den fahren wir hoch. Nee. Das wird nix. Dann kann ich doch hier. Warte mal. Kann ich hier irgendwie was machen? So. Jetzt könnte ich den ja hier runter. so jetzt muss ich mal kurz gucken dass ich den vielleicht irgendwie hier nochmal hinfahre. Ha. Äh. Nee. Oh Gott. Der muss nämlich jetzt darüber. Ja. Und jetzt kann ich noch den hier. Warte. warte 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 warte. Nee. Kann ich nicht. Das heißt ich muss den da doch wieder irgendwie aus dem Weg bringen. Oh shitty. Oh shit. Oh Schmidt. Also der muss irgendwie doch hier rüber. Oh Gott. Das heißt er kann erst mal wieder hier hin. Er muss kurz hier hin. Dann muss er hier wieder rüber. so damit ich ihn hier erstmal irgendwie rüberfahren kann. Den hätte ich einen tiefer setzen sitzen lassen müssen. dann den Kollegen da rüber. So okay dann haben wir den dann können wir den Kollegen nehmen so und so dann kann ich ihn weg schieben ah ja okay so und jetzt muss ich den Kollegen hier aha jetzt brauche ich doch nur noch freiräumen oder äh shit und so jetzt könnte ich den ja rüber schieben hab aber den dann im weg was echt kacke ist okay das heißt ich muss hier noch mal ein bisschen rum räumen indem ich den kann ich nochmal rüberschieben dann kann ich den rüber ziehen dann kann ich den rüber ziehen und dann habe ich was gewonnen so nö da habe ich auch wieder nichts gewonnen ach du ahnst nicht ich muss den noch irgendwie runter kriegen meine ich aber wie ich kann hier ja nichts anderes mehr schieben also der Kollege warte mal warte mal warte mal warte er muss irgendwie so aber dann kriege ich den nicht rüber weil ich den erst darüber bringen muss ist das eine scheiße jetzt habe ich hier einen Hänger den kann ich nicht rüber ziehen den kann ich auch nicht mehr rüber packen ja was bringt mir denn das warte mal wenn ich den und den mache dann habe ich immer noch den da hängen nee das bringt mir auch nichts das heißt den vierer kriege ich da auch nicht runter ich liebe solche puzzlespiele ehrlich nicht so heißt die müsste ich erstmal wieder weg schieben dann muss ich den einen den muss ich dahin kriegen okay nur so kann es gehen so da muss ich jetzt irgendwie dahin bekommen ach du scheiße aber wie aber wie kriege ich den ja wieder nicht runter hier ne das ist doch eine scheiße muss ich den doch zuerst anders packen kacke 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 so heißt ich muss hier doch noch mal ein bisschen rumräumen ne oh sowas liebe ich ja das schon am anfang des spiels ey ich bin noch nicht mal eine halbe stunde hier drin hab mich zum größten teil erstmal nur um geguckt da ist wir schon so ne scheiße am start so das heißt der muss jetzt irgendwie dahinter kommen ich raff's nicht ich raff's nicht ist mir gerade echt zu hoch hier die scheiße so dann komme ich ja nicht mehr raus so ist auch ein Murks aber wenn ich jetzt den kurz warte warte gott 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 ein gefriben hier so dann kann ich den doch erstmal wieder rüber setzen so dass ich ihm da Platz machen kann so jetzt so jetzt kann ich den einser weg machen hoffe ich guck mal der kann jetzt nämlich schön in die ecke ah jetzt glaube ich habe ich ich glaube ich habe so ja genau ja jetzt quanti rüber oh ich dachte ey so wehe das Ding geht jetzt auch kaputt bin ich aber böse so aber das haben wir erstmal da drum Geschiebsel hier ich dachte das ein Horror Game und kein Rätsel Game so wehe du fingerst jetzt falsch hier mein Freund beim fingern immer mit Gefühl an die Sache gehen oh das sieht gut aus das sieht gut aus yo moin wer bist du denn so gucken wir doch mal es haben wir ein Baby oder was haben wir haben wir ein Kind bekommen ich wusste nicht dass das durch Fingern passiert aber anscheinend haben wir ein Kind bekommen Seht Seht ihr Leute nie die Finger in fremde Löcher stecken wie ich es am Anfang gesagt habe kommt nur Mist bei rum schon zahlste Alimente ne ja so sieht es doch aus so ja wir stehen vor einer Wand so jetzt muss ich doch zu dem Bagger denke ich ne ja wo ist der Gerät so ach ich höre was hörte das auch ah da hängt es da hängt es yay wollen wir mal schauen ja es knütert na klar ich würde auch knütern wenn ich da oben rum hänge paar hoch er sammelt ein oh ist nicht süß so dann müssen wir es wahrscheinlich hier absetzen ne ja oh es hat sich gedreht nein wie süß jetzt gucken wir aber mal wir haben ein Kind ihr Lieben oh nein ach wie süß wo ist es denn da ach du bist so hübsch wie deine Mutter mein kleiner ach ach was bist du kutsch 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 süß ja du bist ein feiner Junge bist du ein Junge oh wir haben ein Baby ja müssen wir ihm jetzt helfen groß zu werden oder wie so jetzt können wir das Ding in hier schieben ne ah ja Richtung gut na wir müssen nachher wahrscheinlich die Weichen irgendwie stellen ne so jetzt fahren wir doch gerade zufällig hier lang guck ich doch mal was wir hier machen müssen ne so mein kleiner wir gucken mal was diese Maschine mit hier macht nachher gibt es noch ein Kind wir waschen ihm den Kopf oh ich glaube es hat sich weh getan oh nein es hat sich weh getan oh mein kleiner guck mal wie hübsch du jetzt bist ja ein schön sauber geputzter Kopf aber baden muss doch auch sein mein kleiner Freund so jetzt muss ich erstmal gucken wo führt uns denn diese Schiene hin ach von hier kamen wir ne da müssen wir dann wahrscheinlich nicht hin sondern wo müssen wir hin wo müssen wir hin also entweder zu dem Bagger oder zu der Säge wo auch immer wir hin müssen ich muss erstmal den Weg finden also ich muss mal eben gucken wo ist denn hier diese Säge gewesen die war doch hier oder weil bei der Säge war ja auch das Gerät dieser Rüssel da wo man die Finger reinsteckt war das denn wohl hier da ist der Rüssel und hier ist die Säge genau das heißt wir müssen hier hin wie kommen wir denn jetzt von diesem einen Gerät nach hier hin müssen wir jetzt einmal ganz rumfahren können wir zurück ich weiß es nicht so die weiche ist ja so eingestellt das heißt wir können doch eigentlich von da hinten eben zurück fahren bis zu dieser weiche dann müssen wir die umstellen also am bagger vorbei ja ich glaube das versuchen wenn wir rückwärts fahren können das weiß ich ja noch gar nicht mein kleiner ich wollte dich gar nicht so lange alleine lassen entschuldige bitte und ja wir können rückwärts fahren ach du armes kleines scheißerchen du so komm jetzt gehen wir dich weiter waschen was ach wir können gar nicht ach wir hätten da die weiche auch stellen müssen ah je ok ach ja kleiner Bub so dann stellen wir die weiche hier nochmal ne oh nicht so nicht so weinen so wenn wir jetzt die weiche stellen ähm nee warte mal jetzt muss ich mir das da oben mal eben angucken also rückwärts fahren ist wohl nicht wa na komm steck den kopf auch noch wieder rein da in die schleimige Sülze so wo war denn der Bagger da ist unser kleiner na toll genau die weiche kann ich nicht stellen das heißt wir müssen die weiche stellen und wo war der Bagger der Bagger ist da wo also da ist das ding äh der Bagger der kran der kran ist hier genau das heißt wir müssen die weiche erreichen den müssen wir umstellen den müssen wir umstellen und den müssen wir auch umstellen so und dann können wir den da einmal rumschieben natürlich müssen wir einmal ganz rum ist das richtig dass wir zu der see gefahren ich weiß es nicht aber man kann ja auch nicht speichern hier oder so das ist ja alles auch wieder nur automatische speicherung und so das ist ja Murks hallo ja ich bin ja wieder da papi ist ja wieder da komm mein süßer zuckerschatz ja den kopf haben wir schon gewaschen bisschen blut kriegen wir auch wieder weg aber das ist auch gut für die haut musst du wissen ne ach so hier ist die tür okay ja nee warte mal wenn hier die tür ist ich wollte doch nochmal gucken dann war doch da der bagger ne also hier das schaufel ins loch jetzt habe ich natürlich ein bisschen sorge wenn ich das hier mache dass ich das exemplar hier reinkicke und es ist weg also am logischsten ist für mich tatsächlich die säge ja komm wir fahren zur säge dann machen wir hier auch wenn wir nicht hinter uns haben ja ich weiß mein kleiner ich weiß da hast du ein bisschen angst in dieser fremden neuen welt gar keine frage ich verstehe dich ach bist du ein süßer knuddelfurz und guck dir diese händchen und füßchen an wie hübsch sie sind ja mein kleiner jetzt geht's los wir fahren ein bisschen karussell wir sind auch ganz vorsichtig ja aber der einstieg ins leben ist nun mal auch hart aber ja gut bei dem einen teil mit dem loch ist er futsch und wenn ich den hier jetzt kille ist er auch futsch na toll oh ja ja mit dem kopf an die wand wir befreien dich ich sehe das schon komm wir nehmen dich jetzt aus deiner Eierschale und dann geht's dir gleich ganz gut so oh ja mein kleiner es ist alles nicht ganz so schön ich weiß ja wohl ich weiß ja wohl ist ja mit Massage mein kleiner mit Massage oh das gewunderte Geburt ach es ist nicht herrlich wie er jetzt klein wie er jetzt groß wird jetzt kann er auf eigenen Beinen stehen na komm na komm na komm raus da mein kleiner komm du schaffst das du bist stark oh ist ein Puppi hingefallen oh nein Puppilein aber so ist das aus dem Nest und schon müssen sie alleine klarkommen ja ach ist es nicht schön zu sehen wie sie flüge werden muss ich ihm irgendwie helfen nein ich kann ihm nicht helfen ja bisschen Knochen knacken das ist ganz gut man muss sich ja nach Sonderprozedur auch nochmal neu einrenken richtig na komm Püppilein komm du schaffst das und dann muss ich nochmal eben gucken wo ist dieser Rüssel ich habe nämlich eine gute Idee was wir mit dem kleinen Racker anstellen das Tor öffnen nämlich sagt ja wir brauchen irgendwas was uns das Tor öffnet ja was denn ja guck mal wie der kleine laufen kann na komm komm zu Papi komm in meine Arme na komm mein kleiner na fang den Papi doch ja komm fang den Papi komm fang den Papi ja fang den Papi na komm na fang den Papi fang ihn dir komm du hast mich gleich du hast mich gleich nicht stolpern nicht stolpern oh nein was denn da los mein kleiner komm mal her so komm Papa hilft ein bisschen hoch jetzt hier los hoch du stell dich nicht so an gib mir dein Ärmchen und komm los jetzt keine fisse Matenten hier ach siehste wohl genau wie der Papa die Hand einfach irgendwo reingesteckt und zack hat er auch seinen ausfahrbaren Prängel na guck mein kleiner war doch gar nicht so schlimm siehste wohl jetzt hast du auch so einen schönen schmuck wie der Papa guck der hat auch sowas hier siehste wohl so mein kleiner dann komm mal mit zur Tür komm wir gehen jetzt weiter wo ist der kleine rac na komm na komm mal schritt schneller kann ich dem auch in den hin antreten los jetzt zack 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 sei nicht so komm aufpassen wo du hinläufst immer die Augen geradeaus immer die Augen geradeaus mein freund ja komm wir sind doch schon gleich da na komm du kleiner 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 schlingel du du kleine freikarte für den ausweg na komm da ist er wieder hingefallen ist er nicht süß der kleine komm papi hilf dir oh wie er uns mit seinen treuen Augen anschaut ist das nicht herzzerreißend so papi macht mal die tür los so und du musst jetzt schön halten hier du musst schön halten nicht loslassen nicht loslassen nein nein so gucke dankeschön siehst du wohl na nicht nicht weinen so mein kleiner ich würde sagen du bist jetzt auch alt genug und kannst auf eigenen Beinen stehen such dir eine Wohnung eine Frau und mach dir ein schönes Leben wenn du hier mal wieder rauskommst aber jetzt noch nicht loslassen bitte dankeschön tschüss mein süßer tschau tschau so ich würde sagen ich würde hier jetzt mal den ersten teil vom reinschnuppern lassen vielleicht mache ich auch ein Walkthrough daraus mal schauen aber ja Fazit Nummer eins an dieser Stelle eine kleine Einleitung wäre nicht schlecht gewesen weil man kommt hier direkt irgendwie so völlig erklärungslos an irgendwelche Maschinen man muss sich irgendwie da durch rätseln hat dann gleich auch so ein Hammer Rätsel am Anfang ohne irgendeine Erklärung ohne irgendein Tutorial ja war gar nicht so einfach dahinter zu steigen was die von einem wollen und ja aber grafisch finde ich es natürlich eine klasse Sache künstlerisch richtig geil geworden muss ich ganz ehrlich sagen vom Art Faktor höher eine 100 auf jeden Fall und ich freue mich schon auf die zweite Runde ich hoffe noch mal euch hat es auf jeden Fall auch gefallen und ihr hattet ein bisschen Spaß dabei wenn ihr es kennt bitte ich euch darum bitte nicht zu spoilern diese Kommentare werde ich möglichst ungelesen wieder löschen ich möchte das hier gerne alleine weiter schaffen deswegen bitte 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 keinen Spoiler es es sei denn ich frage euch mal was aber im Moment habe ich keine Fragen wir haben es ja irgendwie ganz toll alleine hinbekommen ja und ich hatte gedacht das wäre ein Horrorspiel und kein Rätsel Spiel aber bisher haben wir das erste Rätsel ja ganz cool gemeistert und ja ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei wenn ja lasst mich in den Kommentaren wissen mich würde auch interessieren wer überhaupt reingeschaut hat schreibt doch ein hallo oder ein schönes Wochenende oder einen schönen Gruß in den Kommentar würde ich mich darüber freuen zu wissen wer eigentlich überhaupt dabei ist ja ansonsten würde ich date wie gesagt ich bedanke mich fürs zuschauen wünsche euch einen schönen Abend bis dahin ciao